Freunde, es gab eine Präsentation auf der Gamescom 2023, die nicht uninteressant ist, und zwar weil es einen ziemlichen Background hat. Es geht dabei um das Studio Embark. Wer noch nichts davon gehört hat, Embark ist das Studio, das mit Größen aus dem Battlefield-Franchise gespickt ist. Der eine oder andere hat vielleicht schon mal was von Ark Raiders gehört. Das ist ein Game, das war das erste Game von diesem Studio, das noch nicht released ist. Fun Fact, das kommt immer noch, aber es wurde auf der Gamescom jetzt schon das zweite Game angekündigt von dem Studio. Und das Ark Raiders war im Endeffekt ein Co-op Third-Person-Game, wo man halt gegen NPCs kämpft. Das war für uns natürlich erstmal so ein bisschen, hm, von den alten Battlefield-Machern hätte ich mir jetzt einen Shooter erwartet. Und tatsächlich, jetzt ist es soweit, das zweite Game, was angekündigt wurde von Embark Studios, ist tatsächlich ein Shooter, ein PvP-Shooter. Und wir gucken uns dazu jetzt nochmal den sehr kurzen und inhaltlich sehr mageren Trailer an, würde ich mal sagen. So, das ist der Teaser, der ist nur 24 Sekunden lang, man sieht auch nicht wirklich viel, aber... Das Game heißt The Finals, ist wie gesagt von Embark Studios, kombiniert so mit Nexon. Can you reach The Finals? Was einem vielleicht auffällt, der Artstyle, der so ein bisschen in diesem 80s Arcade-Automaten-Stil gemacht ist, ist im Endeffekt ähnlich zu dem, auch der Musik und so, die bei Ark Raiders und bei den Grafiken benutzt wurde. Ist eigentlich ganz interessant, also, can you reach The Finals? Es ist ein Shooter, wie man hier sieht, ne? Wir haben hier First-Person, das ist ein First-Person-Shooter. Wir haben auch einen kurzen Glimpse auf die Waffen. Das ist offensichtlich ein LMG, also irgendwo ein Stück weit, grounded in Reality. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Laserwaffen geben wird, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Und es soll wohl ein PvP-Shooter sein, der so ein bisschen so diesen Arena-Aspekt hat, ne? Es ist wohl Arena, so eine Gameshow im Endeffekt, schau mal, die auch so wie im Fernsehen übertragen wird. Und du kämpfst halt da. Da gibt es auch ein paar Informationen, wenn wir dann nämlich mal weitergucken. Auf deren Twitter steht das eben nochmal hier. We have another game coming, The Finals. Gameplay-Reveal is coming next month. Das heißt, nächsten Monat wird es dann den Gameplay-Reveal geben. Und ihr könnt euch jetzt schon für die kommende, für den kommenden Playtest anmelden. Ich habe das schon gemacht, wenn ihr auf Steam geht und dort auf The Finals drauf geht, habt ihr hier unten einen Button, wo ihr euch für den Playtest anmelden könnt. Das habe ich jetzt schon gemacht, deswegen ist der weg. Könnt ihr natürlich auf die Wunschliste tun. Aber da könnt ihr euch schon mal eintragen für einen kommenden Playtest. Hier sieht man auch noch ein paar Screenshots. Das hier ist offensichtlich asiatisch angehaucht. Schauen wir mal, hinten steht irgendwie so ein Samurai oder so eine Figur. Hier sieht man auch irgendwie schon mal einen Charakter mit so einem Westernhut. Hier mit einer Maske. Das ist offensichtlich eine schallgedämpfte Waffe. Hier nochmal, das ist wahrscheinlich auch diverse Skins und so. Also auf den ersten Blick, das ist relativ wenig, was man sehen konnte, erinnert mich das Game irgendwie. Ich habe so ein bisschen Dirty Bomb-Vibes. Kennt ihr noch Dirty Bomb damals? Das teambasierte PvP-Game. Und wenn wir jetzt nämlich auf die Seite gehen, nämlich auch eine Seite, reachthefinals.com, dann sehen wir hier auch nochmal. Join the Finals, the world famous, also in deren Universum halt jetzt, free-to-play, combat-centered, game show. Das wird wohl ein free-to-play sein, also free-to-play-game. Wie gesagt, Dirty Bomb war das damals auch, deswegen habe ich da so Dirty Bomb-Vibes auf jeden Fall. Fight alongside your teammates in virtual arenas, that you can alter, exploit and even destroy. Und das hat man ja auch in dem Trailer kurz gesehen. Da gibt es ja deswegen Grüße gehen raus an die Leute, die halt leider vom Battlefield weggegangen sind und nicht mehr am Battlefield arbeiten, was man auch an den letzten Teilen gesehen hat. Man sieht hier, wenn man das Ganze ein bisschen vorspult, halt die Destruction und so. Und du wirst wohl diese Arenen, also die verschiedenen Schauplätze, wo du gegeneinander antrittst, allentsprechend auch zerstören können. Also Destruction wird ein Thema sein, da wird hier auch auf der Seite noch gesprochen, hier ne, build your own playstyle in this first-person shooter to win escalating tournaments and lasting fame. Also es ist halt ein Arena, scheinbar eine gewisse Art von Arena-Shooter. Wie gesagt, ich habe Sachen wie Dirty Bomb im Kopf, ich habe Sachen wie sogar ein bisschen Overwatch. Also wahrscheinlich wird es unterschiedliche Klassen geben, die auch Fähigkeiten besitzen, um irgendwas zu machen. Hier unten wird gesagt, hier wird nochmal drauf eingegangen, dynamische Arenen gibt es halt. Und die Frage halt, kannst du neben halt das ganz normale Schießen auf Gegnern, aber halt auch dich mit der Umgebung auseinandersetzen? Hier, burn arenas to the ground, send wrecking balls crashing into your opponents. Also scheinbar hast du auch diverse Fähigkeiten, Sachen, die du halt, mit denen du interagieren kannst auf den Maps, um da eben die Gegner auch platt zu machen. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich warten müssen bis nächsten Monat, bis es da den ersten Playtest gibt und das erste Gameplay-Reveal, weil da sieht man, wie gesagt, noch nicht wirklich viel, aber es soll wohl ein teambasierter First-Person-PVP-Arena-Shooter sein. In diesem, ja, in dieser, wie soll man sagen, Spielshow, die das halt darstellen soll, The Finals. Und da wird man wohl gegeneinander anträgen können. Wie gesagt, von den Veteranen, unter anderem sehr viele Veteranen aus Battlefield, die Embark Studios damals gegründet haben. Jetzt das zweite Game, was jetzt an den Start kommen soll, neben Ark Riders. Ich bin gespannt, Free-to-Play kann man sich immer mal wieder reinziehen. Werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es da was Neues gibt und natürlich gucken, dass man in den Playtest kommt. Vielleicht kann man das dann on-Stream auch mal anspielen. Und vielleicht haben wir ja dann irgendwas aus Richtung Battlefield, was zwar nichts mit Battlefield zu tun hat, aber trotzdem irgendwie dann doch spaßig sein kann. Wie wir werden sehen. rumor begin. Ausnahmen. Aus pén